WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Eine Fettabkommission heißt nochmal, hier kann man auch wieder sagen, was wichtig ist, wo man sehr glühen will, wenn es dann da für mich zumindest sicher geht. Wir müssen hierher versuchen eine Lichtbreche, wir müssen jetzt durchfordern, wir müssen die Rüder tun wollen, angeblich durchdaten werden, aber man muss die mit der Fläche der Fläche. Was aber letztlich gleich zugesetzt, wir haben nochmal einen D-Aufgang im Portion Brand, die mit der Fläche der Fläche der Fläche. Wenn wir uns die Hektruppe anschauen, wir haben zwei verschiedene Fahrfläche, ein neuer Rohre Kultus-Sevel, bzw. die Haare Kultus-Sevel, die das der Nachfragen benutzt werden, wo das 1 zu 2 durch unsere Abgänge wird von injury zu haben und wir haben, wenn wir schon hier an der Seite von unter dem Salzschlag nochmal zwei Lehrerschnomen für die Aufnahme von einem Rettungsgericht, weil es andere Fahrzeuge möglich ist, Werkstatttermien etc. haben, können wir in einer Seite auch fahren und auslösen und das wäre dann auch noch die Fahrzeuge. So, soweit die wichtigsten Informationen zu unserem Kölner. Wer Interesse hat, der Kölner ist.